hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge splatoon mit balui ich bin nicht bei louis aber wir spielen trotzdem splatoon was auch immer das miteinander zu tun hat gucken wir mal ob wir in einem team sind ja weiß ich ja natürlich nicht habe ich dir wieder nur farbfuzzis bei mir ich habe schon wieder drei rollen ich will einfach nicht mehr also ihr seht nicht probiere neue waffen farbroller aus für mich also für mich neu weil ich bin noch nie gespielt habe und es war nicht die schlauste idee weil irgendwie alle farbroller spielen mein team seit gestern war das schon katastrophal heute ist kein deutschland wird es nicht besser und ich bin rausgefallen aus der map schön was will ich auch in der map weil wir die map ja noch nie gespielt haben natürlich total rechtfertigt dass du da nett sein ich habe euch farbroller warum muss ich die ganze zeit gegen die farbroller spielen warum habe ich nur farb von meinem team mit mir in der mitte was tut ihr hey wieso kann ich mich durch eine box erschießen was soll denn das ach das war ein swapper ja okay ja da braucht man nichts im weg ist schon okay verstehe schon ja auch die eimer die sind fürchterlich ja eigentlich sind die auch ganz okay haben ihre daseinsberechtigung aber du hast schon einmal gekämpft ja ja ich finde sie nicht so mega gut ist die zielen damit ist sehr schwer weil du halt über hindern ist sollst damit ja auch nicht zielen du sollst nur blind sachen eimern ich würde gerne oder ich werde mal diesen raketenwerfer ausprobieren der leute alles kaputt macht auch wenn keiner in der nähe ist ich treffe mit diesem pinsel nicht ich sage es dir ich treffe nicht die ausrichtung ist irgendwie anders als mit den normalen ich kann dir nicht sagen wieso aber ich bin ständig mit dem rücken zu meinen gegnern das ist natürlich semi optimal würde ich sagen richtig sehr gut beobachtet ja ne ich immer gerne schlaue kommentare von mir wer kommt da zu mir angerollt tot und verderb in unserem feinde natürlich renne ich dem einzigen fernkämpfer vor die flinte ja glückwunsch warum bist du denn da wer ich ja natürlich du du weißt genau wo du bist nein ich vergesse nicht dass ich nicht gedrückt halten kann also muss jedes mal eins entschlagen richtig ansonsten mache ich dieses diesen streifen da das ist so nervig ob das der schaue idee war deine front zu gehen kommt her wenn ihr euch traut auf einen halben meter oder so und hier sind wir wieder farben von euch immer muss ich alles weg machen immer die schmiererei das ist schlimmer als graffiti künstler hier nicht eine bombe hier hinwerfen du hast mich in der luft getötet als ich mein ultimate gemacht habe oder so ich wollte mir das war trotzdem verloren aber es war witzig krass ja das war krass auf jeden fall das ist eine gute position ja dein pinsel macht ja doch farbe auch wenn du nur hin und her willst ja klar aber ich will ja immer nur hin und her ich muss für jedes wedeln einzeln drücken ja gut vielleicht solltest du den auto klicker installieren mein daumen tut etwas nicht da kann schauen wir was nächstes kommt pikmin ok der pro pikmin zeig mal was du kannst drei stück fehlen einer fehlt oh komm schon letztes mal lief es so gut mit dem lobbies ja ja es kann nicht immer alles so einfach b fisch ok auf geht's schon wieder diese diese märz nicht die arena für diese sound map finde ich cool aber wieder nicht bei mir wir sind schon wieder nicht in dem team was hat denn die fisch für eine waffe die augenquast ok lalala ich rolle und rolle ich überrolle hier alles ich mache stühle und tische und bänke und wiese wird alles hier orange einmal tische aufladen es dauert hat ewig bis der pinsel anfängt zu pinseln weil nicht der pinsel der die rolle anfängt zu rollern ist besser und besser so freunde hier war jemand der hier nicht hingehörte guten tag hallo hallo darf ich ihn von gott und der welt erzählen nein die blöde orange pfütze wo kommt ihr denn hin wo ist der rest von meinem team auf der linken seite anscheinend leute das sind überall und nirgends ich glaube amys roller ist schneller aber er kann dafür nicht fernkampf der hier ist der roller der halt fernkampf kann ich finde ein bisschen besser als den reinen schnellen nahkampf rollerer amy wo kommen die dann alle her ah er hat einen kleinen sein pinsel ist viel schneller als mein ich hab voll den kackpinsel ich hab glaube ich voll den pinsel gekauft der war auch nicht wirklich teuer der war auch nicht teuer das ist schon mal eine gute einstellung hier mir gefangen dann fang halt das hier ich hab gerade ein triple kill gemacht ja warum was ist denn los mit meinem team sind die alle blöd stellen sich alle nebeneinander ich hab noch nie ein triple kill in meinem Leben gemacht in diesem spiel auf jeden fall noch nicht du schon ja mit meiner waffe also nicht direkt gleichzeitig weil das kann ich ja nicht wenn ich immer noch auf einschießen kann aber oh verdammt ihr habt aber auch alle diesen drecksangriff einen pinsel im haushalt eine rolle im haushalt erspart den malermeister geht das so wir wollen doch nur dass alles orange wird ich weiß nicht was dein problem mit der farbe orange ist ne du könntest ja einfach mal ein bisschen gechillter werden und die farbe orange in deinem Leben akzeptieren nein nein ich werde niemals orange als meine farbe akzeptieren was zum Bfisch schon wieder oh der ach der kämpft da ich hasse das also das ist echt grenzwertig sich in eine Ecke zu setzen und dann die ganze Zeit zu warten dass einer vorbeiläuft ehrlich mal das finde ich schon sehr unwitzig putz kommt doch wenn ihr euch traut okay ich glaube wir haben euch ein bisschen überrannt ich habe gar nicht böse gemeint aber wir haben euch überrannt Puh okay das war eine schöne Runde für mich ich verliere die ganze Zeit nur die ganzen Runden oh wer war denn da noch in der Mitte das siehst du das war ich das da links das Spiraling das war so knapp das ist so traurig das hätte ich jetzt nicht erwartet ehrlich gesagt das ist so traurig wow ich habe mir so viel Mühe gegeben der Pinsel war bei uns der beste ja natürlich der saß auch die ganze Zeit in der Ecke und hat gewartet dass einer vorbeikommt und hat denjenigen dann gekillt mich ja aber der wusste doch dass er da in der Ecke steht ja er saß immer in anderen Ecken aber B Fisch habe ich immer wieder erkannt okay immer wieder saß er in der Ecke und hat mich gekillt und hat immer auf Miri gewartet immer hat er auf Miri gewartet oh das ist der andere Pinsel den muss ich töten das kann nicht mehr als ein Pinsel gehen also ich finde die Rockbühne besser als die Perlmuth Akademie ehrlich gesagt die Perlmuth Akademie ist wieder so hauptsächlich viel Fläche mit vielen Ebenen wo man nicht unbedingt zusammen findet und ähm ja 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 immer wieder fehlt der letzte bla 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 bas haal bla 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 auf gehts guten Tag guten Tag guten Tag gefunden Tag sind wir imiji Team?คomm schon einmal eins von drei kämpfen wär doch was natürlich nicht das ist doch echt kacke ja nintendo Peace. Warum dürfen Freunde nicht zusammenspielen? Ja, die könnten sich absprengen. Das ist der Grund, warum wir zusammenspielen wollen. Farbe, wir brauchen Farbe, Farbe. Theoretisch müsste die, je mehr Farbe man haben, desto mehr Boost müsste man bekommen. Oder weniger Boost. Nein, ich weiß nicht, ob das okay ist. Als Handicap war das okay, wenn man dann weniger Boost hat. Ja, wobei, dann würden sich so Strategien ergeben, dass man erst sehr lange wartet, bevor man auf die Idee kommt, um da irgendwas einzunehmen. Na, wer macht denn hier so eine Scheiße, Kollege? Du hast mich mit deinem Nein! Ich war im gleichen Moment in der Luft. Ich dachte, das wäre irgendwie unsichtbar. Ich würde mich mal umdrehen an deiner Stelle, mein Schatz. Kacke, Mann! Wie soll ich denn da rauskommen aus der Zackgasse? Oh, ihr lauft da schon wieder zu zweit rum. Was ist denn immer los mit euch? Ja, wir wissen halt, dass man als Team stärker ist als alleine. Die sprechen sich garantiert ab. Ja klar, aber du kannst das nicht, weil du hier sofort die Übersicht verlierst. Aber ihr seid sowieso gerade irgendwie, kommen wir gerade nicht so richtig an euch ran. Weil ihr nämlich... Ach, verdammt! Miri! Ich habe nur random eine Pumpe nach... Vor meine Füße! Das ist halt einfach nicht okay, Mann. Ich habe dir halt einfach random irgendwo hingeworben. Das war... Oh, ich verliere gerade nur... Okay, das sieht nicht so aus, als wenn... Also diese Runde startet, aber echt beschissen. Will ich ja nur mal sagen. Oh! Zwei saßen da in der Pfütze. Ich bin auch dummerweise reingelaufen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich diese Runde jetzt schon gestorben bin. In eurer Heimatpfütze saßt ihr alle. Dort. Dieses Spiel, ne? Och, Mann, ey. Mit wie vielen Leuten steht ihr denn da? Oh, keine Schlipfegade. Was denn los hier? Das ist wie beim Fußball. Das gegnerische Team hat immer 100 mehr an Spielern. Blöder Fisch. Bleib stehen. Wow! Ich habe echt keinen Bock mehr. Du hast mich jetzt, glaube ich, schon dreimal, viermal getötet. Lass zacken. Wieso ist das scheiß Ding denn so stark? Boah, scheiße, Alter. Das verlieren wir. Ich glaube nicht. Sieht nicht schlecht aus für euch hier auf der Map. Hast du mal auf die Map geguckt? Ich habe die Map geguckt. Hast du eine andere Map als ich? Du weißt schon, ne? Also grün ist eure Farbe, nur so als hinweist. Warum sitzt ihr denn da immer in eurem Loch? Ich habe nur random wollte ich das einfärmen und habe dabei aus Versehen eingetötet. Jaja, aus Versehen. Immer, Miri, ist immer aus Versehen. Da, ich wusste, dass du da drin sitzt, du kleiner Feigling. Ich habe da gerade ganz frisch drin gestanden. Du kleiner Feigling. Ganz frisch. Ich wusste, dass du da in der Pfütze sitzt. Ganz, oh, das haben wir verloren. Okay, ich glaube, das sieht schlecht aus für euch. Das war die letzte Runde. Wenigstens habe ich eine Runde gefallen von den drei. Naja, eine neue Waffe ausgetestet ist okay. Richtig, war gar nicht schlecht. War ganz witzig. Nö, war ja, dann war mal was anderes. Aber ich glaube, die Roller wird nicht meins werden. Also ich fand es gar nicht schlecht, den Pinsel. Vielleicht mal den anderen Pinsel und dann gucken wir uns. Wobei, ja, doch, schlecht war es nicht, da hast du recht. So, okay. Dann hoffe ich, euch hat das gefallen. Wenn ja, schaltet morgen wieder ein und dann sonst macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Und bleib schön feurig. Tschüss. Tschüss.